Servus, Morsche, Prost Neujahr, alles Gute fürs neue Jahr wünsche ich euch. Und seid ihr gut reinkommen, habt ihr auch schade gefeiert. Ich habe gleich Party gemacht und es war so schade gewesen. Ich habe um Punkt 12 auf euch und euer Gesundheit angestoßen. Ja, das Leben ist ja endlich und desto welche müssen wir unsere Zeit auch genießen, merkbar genießen. Also bleibt oder werdet wieder schade gesund und kommt immer wieder auf die Bar. Und wie seid ihr jetzt so drauf? Habt ihr auch noch ein paar Tage Urlaub? Ich bin noch ein bisschen in Urlaub. Ich habe zwar ein bisschen Husten, aber im Urlaub ist es ja nicht so schlimm. Und einige von euch müssen wahrscheinlich arbeiten. Also tapfer bleiben, es hilft ja nichts. So, jetzt gehen wir so gut es geht durch 2018 und hoffen natürlich das Beste. Und wenn es Leben euch trotzdem zwischendurch schon mal einen Kopf gibt, ah ja, da geht halt damit Eikäfer. Also meine Lieben, passt schön auf euch auf. Hier kommt zum Abschluss wieder ein kleiner Witz. Mitten auf ne Kreuzung stoße an Silvester zwei Autos zusammen. Die Polizei kommt und zieht sofort den Notizblock. Seht der Arne Fahrer entrüstet, aber Herr Wachtmeister, mehr wird doch an Silvester noch mal anstoßen dürfen. Also meine Lieben, macht's gut. Bis nächsten Montag. Tschö.